Wir sind jetzt hier kurz vor dem Kreuzplatz in München, weil das ist abgesperrt und da hat vor allem niemals in den Getrepko, glaube ich, da drinnen. Wann weiß ich auch nicht genau. Ich muss jetzt hier links fahren, da ist es abgesperrt hier. Machen Sie eine Showbiene, dann kann man da zuschauen oder auch nicht.